Kennst du die Böker Outdoorsman Serie? Die gibt es in ganz klein, mittel oder ganz groß. Und wenn du wissen willst, ob das ein Messer ist, dass auch für dich etwas sein kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Publiumskunst. Schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, diese drei Brüder oder drei Schwestern. Ich weiß nicht, wie das bei dir ausschaut. Aber da sind sie nun. Und diese Teile, die sind meiner Meinung nach wirklich eine Überlegung wert. Aber schauen wir uns an, warum. Als ich sie bekommen habe, habe ich gleich einmal das Kleine ausgepackt und war positiv überrascht. Ich war positiv überrascht, dass ich eine kleine, schmale und trotz alledem scharfe Klinge habe, die aber ein vernünftiges Griffstück hat. Schau dir mal an. Auch für all jene, die sagen, ich habe ein bisschen größere Hände und diese ganzen Mini-Neckknife-Messer, die sind alle nichts für mich, weil ich die nicht in die Hand kriege, dann bist du hier gut beraten. Das ist einmal ganz fein. Was bei allen Griffen, ich will jetzt noch gar nicht auf den Stahl oder was eingehen, das schauen wir uns noch alles an oder auch die Klinge. Der Griff von allen dreien, der ist sehr, sehr schlank, sehr, sehr elegant. Das heißt, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte vom Griffmaterial etwas schlankes, griffiges haben, dann bist du da gut bedient. Und mich erinnert das jetzt nicht von der Form und auch nicht vom Angreifen oder vom Messerstil her, wie das F1. Also wenn du, das ist so mein Gefühl jetzt einfach, das ist nichts abgemessen oder so. Als ich das F1 das erste Mal angegriffen habe, habe ich gesagt, okay, ja, das liegt gut in der Hand. Weil ich es halt ganz einfach auch gern habe, dass die schlank sind, diese Griffe. Es gibt ja auch Griffe, die da in der Mitte eine Bauchung haben. Das mögen auch manche extrem gern. Und das ist ja auch in Ordnung, das ist ja alles schön. Aber bei dem hier, bei diesen allen dreien ist es so, dass die schön schlank sind. Und das ist einmal ein Kriterium. Sie unterscheiden sich natürlich in der Klingenlänge und auch ein bisschen in dem Scheidenmaterial. Das schauen wir uns dann nachher gleich einmal an. Was sie alle haben ist, dass es hier mal einen Klingenrücken gibt, der halbwegs feuerstahlbedienfähig ist. Wir sind hier outdoor-mäßig unterwegs, deswegen ist mir das natürlich auch wichtig. Und das heißt ja auch outdoorsman. Und dann hier oben eine Fehlschärfe. Das ist bei allen dreien der Fall. Die aber natürlich nicht angeschliefen ist, ist ja ganz klar. Und dann fällt mir auch auf, dass das mittlere hier im Klingenbereich zwei Löcher hat. Alle haben bei ihren Full Tangle und Teilen, die da raus stehen, da gibt es sicher auch irgendeinen Fachnamen dafür, zwei Löcher. Aber das hier hat hier auch noch einmal zwei Löcher. Und ich stelle mir die Frage, wofür ist es da? Ist es dafür da, dass man es auf einen Speer drauf gibt? Ja, halte ich wenig davon. Die Frage kriege ich auf Instagram immer wieder einmal. Halte ich gar nichts davon. Aber dann stellt mir die Frage, warum nicht hier beim Großen? Beim Kleinen verstehe ich das jetzt. Dann könnte man natürlich auch hier ein Band durchgeben. Also ein Flexicord zum Beispiel, dass wenn man bei einer Machete zum Beispiel oder bei einem Haumesser, oder wenn ich jetzt wirklich sage, ich muss mit dem dementsprechend arbeiten und mittermachen und was abschlagen, was abholzen, dass es schön in der Hand liegt. Aber dann fehlt es ja beim Großen. Das habe ich noch nicht ganz begriffen. Vielleicht weißt du, warum das so ist. Dann schreib mir bitte einen Kommentar, warum das so ist. Und das würde mir irrsinnig taugen. Dankeschön. Ja, also das war jetzt mal so vom Stil her. Und jetzt wollen wir endlich arbeiten. Und natürlich bei einem Outdoor-Messer, da muss natürlich auch geschnitzt werden. Und ja, das geht super. Das ist ein Buchenscheid hier. Das ist sehr bissig. Wirklich sehr bissig. Das gefällt mir extrem gut. Also das Kleine mal total top. Puh, auch das hier. Boah, also ich finde das gut. Ja, ich finde das ist auch ein Schneidtörfer. Das taugt mir auch total. Jetzt das Große. Das ist natürlich am dicksten. Dadurch aber auch dementsprechende Stabilität. Da merke ich halt natürlich klarerweise. Es geht auch. Ich sehe ganz klar. Es wäre unfair jetzt zu sagen. Nein, das schneidet nicht. Ganz im Gegenteil. Aber man merkt halt, dass das zum Schnitzen halt nicht unbedingt das Nonplusultra ist. Da sind die Kleinen ganz einfach besser. Also vielleicht eine Kombination aus einem Kleinen und einem Großen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also das passt einmal alles. Und jetzt, ja jetzt wollen wir hacken. Und da ist es natürlich klar, das Große macht das wirklich gut. Also das taugt mir. Speziell wenn man jetzt hier hinten noch einmal ein Band anbringen kann. Also so eine Linie hat gar nicht mehr als das. Also so einen Fangriemen anbaut. Dass man es ganz weit hinten nehmen kann. Da hat man richtig schönen Zug. Also schau dir das an. Das macht richtig Spaß. Ich meine, der Vergleich ist natürlich jetzt unfair. So wie vorher beim Schnitzen. Das Kleine hier. Ja, das macht er auch ein bisschen. Aber da merke ich halt, da ist einfach zu wenig Zug. Das macht keinen Sinn. Und beim Kleinen. Also da braucht man ja nicht einmal drüber reden. Also das hat keinen Sinn. Aber das hier, weil es einfach so wuchtig ist. Und ja, das ist richtig schön. Alle sind Full Tank. Auch das ganz ganz kleine. Das heißt, auch hier sind natürlich gewisse Batonarbeiten möglich und denkbar. Weil da immer wieder die Frage ist, Reine, warum batonierst du immer? Warum zeigst du das immer her? Na, weil wir hier kein Kochkanal sind. Also manche auch sagen, naja, es wird immer noch batonierter. Es ist halt kein Kochkanal. Also daher schneide ich halt nicht jetzt irgendwelche lustigen kleinen Zwiebelklein oder so. Weil das halt hier nicht der Fokus ist. Ja. Sondern es geht halt hier um Autoarbeiten. Aber sei es drum. Schau mal her. Das geht super. Also das ist wirklich, das ist wirklich nett. Das ist ein schönes Allround Messer. Das weiß ich jetzt schon. Das spüre ich jetzt schon. So. Dann natürlich bei dem Kleineren ist klar. Also solche Arbeiten, wenn du dünnere Äste klein machen willst, auch da. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Und beim Kleinen natürlich aufgrund der Klingenlänge deutlich. Ja, natürlich deutlich eingeschränkt. Aber ja, probieren wir es einmal aus, auch etwas fetteres zu machen. Also solange die Klinge noch sichtbar ist, ist das alles überhaupt kein Thema durch diesen Foodtank. Also auch das passt. Und gleich noch etwas dazu. Noch einmal zum großen. Also ich finde es ist ein wirklich schönes Allround Messer. Mit dem man viel tun kann. Weil das mit dem Hacken. Ja. Batonieren. Und auch das Schnitzen. Das war ja jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Wie gesagt. Ist natürlich klar. Wenn man von einem schönen feinen Schnitzmesser umsteigt auf den großen Brocken. Dann muss man sagen. Oh ja. Das ist nicht so gut. Das ist klar. Genauso wenn du. Ich zumindest. Ich bin ein süßer Typ. Also beim Essen meine ich. Also ich esse gerne Süßes. Und wenn du gleich mit dem süßesten Zeug anfängst. Dann schmeckt alles andere natürlich nur mehr fad. Daher der Vergleich macht es natürlich. Ja. Und so ist das auch zu sehen. Aber schau mal her. Also es ist auf jeden Fall zu machen. Da schöne Locken hinzukriegen. Auch mit dem großen wie du gesehen hast. Also das passt alles ganz ganz gut. Das passt. Alles gut. Da gibt es mal überhaupt nichts zum Sempern. Und wie gesagt. Auch das mit diesen Hacken. Alles hat doch gefroren heute. Das geht alles super. Du hast beides. Du hast auf der einen Seite. Etwas schön stabiles. Ja was schön stabiles. Mit dem du wildere Arbeiten machen kannst. Und trotzdem. Feine Tätigkeiten. Also Daumen nach oben. Und wie könnte es anders sein. Ein Outdoor Kanal. Nun natürlich auch. Feuerstahl Bedienung. Und das geht einmal mit dem großen. Wirklich schön mit dieser Kante hier hinten. Ich weiß nicht ob das Absicht von Böker. Bei der Entwicklung. Beim Design war. Oder Zufall. Dann das ganz kleine. Das geht nicht ganz so gut. Das muss ich gleich dazu sagen. Das liegt wahrscheinlich auch an dem Coating. Das hier drauf ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Das könnte besser sein. Und ich vermute dass es auch jetzt bei dem hier der Fall sein wird. Ja ganz genau. Also das XL. Also das große. Das geht gut. Da gibt es überhaupt nichts. Bei den kleineren. Müssten wir nacharbeiten. Werfen wir einen Blick auf die Scheiden. Das kleine. Das Mini. Das hat so einen Kydex. Sitzt recht fest. Sitzt recht stramm. Könnte man theoretisch auch vorstellen als Snack Knife. Wobei es schon relativ schwer ist. Durch das Griff. Durch den Griff. Aber sonst sehr eng. Sehr gut gemacht. Wie gesagt. Böker Qualität. Da kann man sagen was man will. Das ist okay. Dann das Medium. Oder das Mittler sozusagen. Hat eine Nylonscheide. Die ich interessant finde. Weil auch die relativ klein und kompakt ist. Das lässt sich alles gut verarbeiten. Ist alles gut verarbeitet. Das sitzt auch gut drinnen. Jedoch kann es natürlich passieren dass das Teil. Also das sitzt jetzt natürlich nicht so wie bei einer Kydex. Man kann es auch nicht auf ein Molle geben. Sondern es ist ein reiner Gürtel gibt. Und das ist meiner Meinung nach ausreichend für das. Das gefällt mir auch sehr gut. Das große wird wuchtig. Auch von der Scheide. Du siehst die ist relativ breit. Die ist gut gemacht. Da ist vorne noch ein Fach. Da könnte man einen Schleifstein reingeben. Ich gehe davon aus dass Böker einen Böckerschleifstein reingeben wird. Das würde ich nicht tun. Ich würde meinen geliebten Fehlniefen CC4 da reingeben. Der passt da auch ganz genau rein. Übrigens der CC4 ist für das Schleifen unterwegs mein Lieblingsteil. Weil ich da auch immer wieder gefragt werde. Dieser CC4 mit zweimal Keramik. Ist eine ideale Sache. Passt auch hier gut hinein. Die Scheide ist auch Molle kompatibel. Weil da sind zwei Elemente. Zwei Gürtel Gips. Die man einerseits glätten kann. Das hast du eh gehört. Und auch fixieren kann. Und das ist wahrscheinlich damit man es unten ums Bein klemmen kann. Wobei man die Frage stellt ob das bei. Und das ist nämlich jetzt genau mein Kritikpunkt. Das klingt so komisch. Aber für mich. Vielleicht ist dir das vollkommen egal. Aber ich würde eine schlankere Scheide bevorzugen. Für das Messer. Für diese Größe. Also mir persönlich wäre eigentlich eine Kydex Scheide auch hier am liebsten. Aber das ist ganz einfach so. Es ist halt eine Nylonscheide. Die aber insgesamt gut gemacht ist. Aber mir wäre sie zu wuchtig. Das ist nur meine Meinung dazu. Ja. Das jetzt zu diesem Material. Ah ja. Hier hinten. Ich weiß nicht. Das sind auch so kleine. Ich hoffe du kannst das gut sehen. So Öffnungen. Ich weiß jetzt nicht genau was da die Idee dahinter ist. Ja. Aber ist einfach so. Ja. Ich kann abschließend sagen. Dass ich diese Serie sehr interessant finde. Dass ich besonders das große jetzt mal. Also das hatte ich am Anfang eigentlich nicht so am Plan. Aber sehr praktisch finde. Es ist so ein Allround. All. All. Allround Werkzeug. Also so ein Altzweck Werkzeug. Für den Outdoor Bereich. Ist auch sehr führig. Ist auch sehr nett. Wie gesagt. Lässt sich sehr gut halten. Dir muss halt eines grundsätzlich bei diesen Messern. Ganz egal jetzt welches für dich interessant ist. Und die sind alle meiner Meinung nach gut gemacht. Also das hängt immer davon ab. Was du halt aktuell brauchst. Ja. Sind alle sehr praktikabel. Klar dass man mit dem Mini nicht so gut hacken kann. Wie mit dem großen. Ist klar. Aber. Was dir halt bewusst sein muss. Der. Der. Der Pariersteg ist halt relativ klein oder nicht existent. Das muss da klar sein. Ein. Tolle Teile. Die taugen mir irrsinnig. Daumen nach oben. Schreib mir einen Kommentar. Was du von denen hältst. Hast du da eines. Was ist da dein. Dein Ansatz. Da sage ich danke. Schreib mir einen Kommentar. Das würde mich interessieren. Das ist alles natürlich billige Eigenwerbung. Ich gebe dir den Link unten in meinen Shop. Da kannst du auch anschauen. Welches. Wenn du was kaufen magst. Das ist eh ganz klar. Daumen nach oben. Abo. Da geht's in den Shop. Anderes Video. Das hat mich gefreut. Und dann rein. Und dann tschau. Da ist nett. Das macht es einfach.